so der nächste gegner wir könnten mal als gegner nehmen machen wir mal nee nicht johnsena den haben wir schon triple h game triple h talk about again ein spaß um Robo Leitsch Robo Reiter kommt über 3 nicht er hat ja nicht weil es mehr 27 und 28 und das wird jetzt von 27 Zeit was wir hatten nicht spielen durften wo er zu brechen an der sehr stark dominiert hat noch einmal im Haus geht hat und dann hat er ganz alt und zum ersten Mal mit der Trage auskommen musste war auch so ein Moment durchdacht in der Ticker mit einer Trage und mit dem Moment war selber so K.O. kaputt und so und so weiter das auch lustig dass er selbst wenn er gewonnen hat es trotzdem rausgehen muss im Triple H auf seinen eigenen beiden und er nicht das ist schon teilweise richtig muss man sagen und das ist ja hier dürfen wir Sachen in derweil ich bin der Triple H da haben wir auch Sachen eingesetzt so erinnert sich jeder noch an die Stuhlschläge die Triple H ihm verpasst hatte wir siegen werden glaube ich trotzdem nicht jawohl sehr schön wir haben schon mal seinen Kopf bearbeitet und jetzt Crossface 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 einfach nur um ihn zu schwächen einfach weiter zu schwächen und jetzt versetzt und Genity sehr schön sehr schön von Hannah auch immer mal der Ringglocker und nein schade das das Schöner Kloster so und jetzt also ich sitze nur Sachen ein wenn es jetzt zu mit der Passagie zum Beispiel zu Blitz nehmen würde das Postel mit Verwalt gab er nur totale Matches abgesehen von 17 aber 17 sind wirklich dazu weil er hat sich ein anderes Klinik hat damals weiter geht's die Fahrt der Zerstörung so geht es und weiter attackieren der Klinik so wir haben wir gesehen jetzt hier im Prank zum Beispiel Fernseher Prozent also muss abwechselnd wenn wir so setzen nur Sachen ein so dass wir nichts ein aber ich will echt mal so meine größte Freude wäre einfach und zu besiegen wie zum Beispiel Ziemann wird so besiegt hätte das wäre geil muss ich sagen kann man weil ich habe ja nicht kaputt hier oh ja jetzt jetzt letztlich gar nicht jetzt ist da ein Becker und Feier ja ich weiß ich habe ihn gerade vergessen da ich habe ihn schon erwähnt aber momentan habe ich ihn jetzt vergessen oh je jetzt konnte er wieder der Konter Spezialist so geht das ich hole mein Spielzeug wenn ich mich mal lässt nein, jetzt macht er seinen Norden Klaus, nein als ich mehr Kreml oder Freien oder als ich meine ich mein Zeug holen wollte, Keule so und jetzt macht er sein gefürchtet, leckte ob er jetzt gefeuchtet, gefürchtet ist das war es kein so ja, ja ich gehe aber trotzdem raus, weil ich wollte eigentlich meinen Hammer holen so, jetzt ist er weg ja, danke schön komm raus, komm raus, komm raus na komm es kommt es kommt, habt ihr nicht so oh, er kontert ich hab, ich hab ihn getroffen, ne, ich hätt ihn getroffen und er setzt ja auch einen, also passt ja nicht so ziemlich so E kontert nö 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 dann das und wird er kann ich nicht ein paar jetzt sitzen dort war es dort war es aber erst im sohn der ausgebilden so so was jetzt man tun so nein ich dachte schon so jetzt kommt ein elbem schlägen sehr schön und zwei master schnell ausgeführt von the game noch mal schnack ein hammerschlag versuchen so zu schwächen und ja schöner Leute immer nur den Klopfen kann so was anderes zeigen okay ich zeige auch nichts anderes so und jetzt ja öh was war das was war denn ich gerade was war das Triple H really ja alter zeig mal was anderes ey ja muss er denn sofort deine Finisher zeigen mein gott mein gott so jetzt ja wieder ein sidewalks nennen und jetzt geht es geht who cares who cares okay ja über rot wusste ich sowieso so ja jetzt zeigt oh mein gott andere Ticker weil ich hassen alter da konnte ich nicht das konnte doch mal ich habe nur zwei Finisher und der fährt der zerstört mich draußen hier alte zeigte die ganze Zeit Potsdam in das bringt noch nichts nach der Zeit heute dauern auch ein anderer Mauer uhr er hat 10.000 mal in als geht es sein ich habe ja schon ja man ist das ein brutales match genau auf den hammer drauf genau auf den kann man er kann man drauf jetzt zeigt doch nicht die ganze zeit den sidewalks nähe mit seitdem den chokeslam nähe wieder ein salter wieder ein sidewalks der sidewalks nämlich ja ein schock sein feckte einsatz perfekte einsatz nein anne doch kein ich dachte schon tun soll warum für den lieben das Haus verstehe es nicht immerhin jetzt gehen er hat genommen alter ich konnte nichts mehr der 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 zerstört mich die wird anders auch noch sein zerstören hoffentlich auch die wühlen das sieht mittlerweile zu gut aus der Klaas der kann anders Ich mach gar nichts mehr, ne? Guck mal. Ich mach gar nichts mehr. Ich kann machen, was ich will. Ich drück, was ich will. Ich krieg nichts gekontert. So, und jetzt. Perfekt. Einmal probiert. Einmal gefunkt. Und jetzt. Spine Buster. Ich wage es nicht in den Ring reinzugehen. Oh, das tat weh. Meinten. Na, komm, in den Ring rein. Tut ja eh nichts, wir haben ja so verloren. So. Ja. Ja. Und, ja. Nein, ich dachte schon, ich dachte schon. Ich dachte schon, solle. Macht den da. Was macht den da? Nein, jetzt macht er noch den Katapult Catch-Finisher. Boah, scheiße. Jawohl. Oh, doll. Geil. Und jetzt Pedigree, oh. Na, ich glaub, gewinnen sie sowieso nicht. Ja. War klar. War klar. Das war so klar. Das. Aber das. Das hat zumindest das gleiche Szenario, ne. Das war auch bei Resident Evil 27. So, er hat ein Herzgeld eingesetzt und schon noch Triple-Eich aufgegeben. Auch wenn er jetzt ein bisschen länger gedauert hat. Bis er aufgegeben hat. Aber egal. Wir haben verloren. Herr Nords. Sehr schön. Der Undertaker. Er hat gewonnen. Ja. Herr Nords. 15.920 Punkte. Und an der Stelle beende ich jetzt auch mal die Aufnahme. Und sage bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018